Die Leute fragen sich, was macht Kapi, wenn er frisch aufsteht, Digga? Ich mach Toilette, ich mach Kippen, Digga, und ich hab Mucke. Ich hab mir anders was für morgen hergestellt. Okay, du willst in den Wald? Was ist so? Ja, du willst zu mir. Sag mal, schämst du dich für mich, dass ich Kreme im Gesicht hab? Nein, Bruder, niemals. Voilà, guck mal, das ist der eine Freund, der dich um 9.30 Uhr abholt, Digga, damit wir Ausländerbehörde gehen in Frankfurt-Oder, Digga. Digga, ich erwarte, dass du mich in 13 Uhr schaffen, Alter. Schaffen wir, Alter. Wir schaffen jetzt, Faust, 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 Berlin, Leben. Mann, Junge, Mann, Frankfurt-Oder, Digga, Mann. Was soll ich machen, Digga? Mann, Digga, Alter, da gibt's doch gar keine Ausländer. Ey, weißt du, wo wir früher immer gefahren sind? Wir haben Stangen geholt, Kippen geholt. Wo, in Svibitze. Wo, in Svibitze, Bruder? Wollen wir eine Stange holen? Wollen wir eine Stange holen? Ja, Ihr Naat, ich weiß nicht, sehr streng. Wollen wir, die ... Es....... Da Bede הס, da gerade! Ein Schallender! Es war zum Teil! Ich heiß zu. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann! Kann ich euch vorstellen, Frankfurt oder? Ja, das war's auch. Ich küsse deine Augen. Also da hat mir Amsterdam besser gefallen, sag ich euch ehrlich. Aber egal, ich bin gleich wieder in Berlin. Ich muss sagen, es ist eigentlich eine schöne Stadt, so eine alte Stadt. Aber Berlin ist Berlin, Mann. Du bist nach Hause. Jetzt am besten da rein, behal dich mal, komm da raus, dicker Mann. Soll ich endlich deine Ablegung geben, dicker, und nach Hause schicken. Aber geil, Mann, ich hab hier einen Bratan von mir getroffen, was geht? Geht nach Hause? Der macht die krassten Expresso Macchiato in Frankfurt oder? Hey, geht bei ihm vorbei, der ist hier an der Uni am Stand. Er ist auf jeden Fall der krasse. Vielen, vielen Dank, ha, Bratan. Berlin lebt! Hey, an alle Bratans von Europa, von der Universität, Berlin lebt. Er hat gehört, er hat gesagt, ich feiert mich schon alle drin, dicker. Schöne, schöne Grüße, Berlin lebt, Bratan, dankeschön. Universität zieht durch, dicker, macht den Bachelor, BML, alles. Ey, der Bratan wird hier erkannt. Wirklich, ja? Nicht zum Fan? Der Bratan wurde eingeladen. Machst du mal bitte. Und, was ist losgekommen, dicker? Alles geklappt, Gott sei Dank. Was hast du jetzt? Immer auf türkischen Pass, aber unbefristet. Ja, unbefristet, Berlin lebt! Was ist losgekommen, dicker? Alles geklappt, Gott sei Dank. Was hast du jetzt? Immer auf türkischen Pass, aber unbefristet. Ja! Unbefristet, Berlin lebt! Ja, Bratan, das ist meine Stadt hier, dicker. Alles full, Berlin lebt, Brat. Hier, Manni, das flache Schiff. Im Showroom. Ja, gibt schon ein paar Sachen, ja. Oha, den Schuh, den Schuh will ich auch haben. Bitte merken. Alter, schon krasse Sachen, ne? Die haben krass umgebaut, wa? Was? Seid ihr noch am Unbau? Ja. Aber ist schon krass, was sie gemacht hat. Wo bringt ihr uns hin? Bei Niki. Okay, komm, wir gehen direkt zu Niki, komm. Darf ich filmen? Ja, oder? Ja. Ja. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ja, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ja, ich küsse. Oha, geil, 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 geil. Wir zeigen einfach ein komplettes Gebäude. Also, das hat schon eine Ahnung. Ist einfach die krasseste Marke, dicker. Kann man so sagen. Offizier, dicker. Guck dir das mal an, bruder. Ey, so was wir auch im Studio haben, bruder. Oha, geil, Mann. Mitarbeiter, ja. Gestoriert, dicker. Oha, tschüss. Ich hab schon nicht... Ich hab schon nicht... Okay? Nee, nee, die werde ich nicht filmen. Aber krass, Union. Bratans, Bettinas, Batuchas, wir sind hier gerade beim Meeting. Und ich sag euch, es kommt was, was in Deutschland es noch nie so gab. Noch nie. Ich bin der erste deutsche Werfer. Ja! Bratans, Bratinas, Batuchas. Ich wollte an euch alle nochmal Danke sagen. Dankeschön nochmal an Adidas. Ey, wir schreiben grad Geschichte. Wir schreiben Geschichte, Bratan. Wann geht's ab? Er lebt! Zeig mir, zeig mir, Niki. Zeig mir den Geheimschrank, bitte. Ja. Willkommen. Oha, grau ist auf jeden Fall mein Ding. Hey, rein. Hol die Tüten raus. Es ist Weihnachtet. Es ist Weihnachtet, ja. Auf... Oha... Was ist das für ein Wetterjaggen? Schöne ich einen, den du bräuchst. Geil. Ballat? Ballat. Ja, Adidas Lebra. Oh, okay, 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 okay. Wir kommen den Shit näher, Bruder. Wir kommen den Shit näher. Meine. Meine. Oha, die ist ein bisschen zu viel. Ah nein, meine. Die sind geil, ja. Ey, Mann, du bist die Beste. Dankeschön. Für jeden Fall, dann gib mir einfach aus. Für meine Kinder. Einfach Lego-Jacken von Adidas. Ja. Die werden's feiern. Meine Kinder kriegen schon mehr als ich, ne? Was ist das? Das Lego... Lego-Rucksack von Adidas. Das ist meine Unfrau. Errei, ist unisex, kannst du haben, Digga. Aber sieht Baba aus, Digga. Nimm, nimm, nimm. Klasse. Dankeschön, ne? Sehr gerne. Ey, die Kinder werden durchdrehen. Errei, Bruderherz. Falls du die Story hier siehst, ich bin hier irgendwo. Ich glaube, wir sammeln mich mal irgendwo ein, Bratan. Hier, genau bei der Universität, nicht auf diese Brücke. Nicht auf Kreuzberg. Da war ich, Bratan. Junge, wo bist du denn? Bruderherz, ich bin doch hier bei der Brücke jetzt. Ich wollte nur kurz kippen holen, ich bin abgehauen, ne? Ja, okay. Hier, guck mal, ich bin hier bei der Brücke, Bruder. Weißt du, wo das ist? Okay. Nein, nein, aber ich komme. Was geht ab? Berlin-Lit. Was? Ja, was geht? Alles klar? Hey, Umam. Nein, nein, aber ich komme. Was geht ab? Berlin-Lit. Was? Ja, was geht? Alles klar? Hey, Umam und was geht? Ja. Wie geht's mit dem... Gut, Mann? Ja. Okay, komm. Und mit den Jungen Schwabs essen, was machen wir denn? Go-Kart fahren oder was? Go-Kart fahren. Ey, kann das? Um zwei Rohlecht? Nein. Einfach so, Bruderherz. Brüderlich. Ach, scheiße, Mann. Nur nicht, dass wir gehen in Go-Kart fahren, Dicke. Egal, morgen, Bruder. Was ist das für eine Suppe? Das ist so groß wie du. Schöne, Mann. Guten Appetit. Bruder, wie viel der Teller ist das jetzt? Hä? Dicke. Was ist das, Dicke? Meinst du es gerade ernst? Ich bin ja, ich habe noch eine Suppe dafür. Bravo. Ich habe meine Tasche verschenkt, Dicke. Nee. Ich habe meine Tasche verschenkt, Dicke. Mann, ich habe diese Frau, die da habe ich, weil ich sagte, dass ich es selber mache. Jetzt habe ich alles in der Hand. Du musst alles in der Hand tragen. Du kannst deine Schuhe sehen, voll geil los. Hey, lass mal du hier fahren. Ach, scheiße, Mann. Und ich dachte, wir gehen in Go-Kart fahren, Dicke. Egal, morgen, Bruder. Aber Papa, du hast doch versprochen. Papa, du hast doch versprochen. Versieren mich doch, Mann. Ich wollte Go-Kart fahren. Was wollt ihr machen? 2 Minuten schnitzen. Okay, geil. Ich wollte Go-Kart fahren. Jetzt muss ich Kulbisse schnitzen. Sauber. Papa. Was ist denn? Ja, wir schnitzen. Meine Dicke, du willst kuscheln. Mann, Lies, ich weiß noch nicht, wie das geht. So, so. Wir zeichnen erst mal hier so einen Kreis. Und dann? Dann muss ich das ausschneiden. Ja, und danach ziehst du den Dicke ab. Okay. Und dann musst du noch diese Kärne ausmachen. Wollen wir nicht Go-Kart fahren gehen? Und danach, und dann... Einfach nicht ernst nehmen, ja. Und danach machst du Arum und danach so Zähne. Alles klar. Wir machen das. Okay. Ja, Lissi, was sagst du? Guck mal. Hut. Oder? Haben wir krass gemacht? Ja, gut. Ganz, ganz. Tja, ey, wenn einer Fragen hat, ich weiß auf jeden Fall, wie man Kürbis ausfüllt. Auf jeden Fall. Meldet euch bei Capital Brat. Weiß Bescheid, wer die lebt. Ja. Haha, Lissi, wir sind die Kings. Ja, wir sind die Kings. Wir sind die Kings. Säger, was geht da? Hey, an alle meine Bratans aus Amsterdam. Schöne, schöne Grüße. Ich will sich heute ein Papa spielen, Bratans. Du weißt Bescheid. Haha, viel Glück. Rassi, die Kings. Ja, Bratans, alle lebt oder was? Was geht, ja? Ja. Der Tate schlägt den Ball dazu. Tadach. Ein zu Amsterdam. Ja. Tadach. Tadach.